Aziriale Aziriale ist eine Stadt im Norden der Provinz Catania im Osten von Sizilien. Hintergrund die Stadt Aziriale Resb. Die sieben Ansiedlungen im Gebiet des antiken Akis, sie liegt auf dem Hochplatteo Latimpa, welches vulkanischen Ursprungs ist. Die Gegend ist fruchtbar, es werden an den Ätna hängen Gemüse- und Zitrusfrüchte angebaut, die verschiedenen Gemeinden mit dem Namen Acii in der Ortsbezeichnung gehören heute als Wohngebiete in den Einzugsbereich der Provinzhauptstadt Catania. Früher war Aziriale als Thermalbader Ort bekannt, heute auch als Karnevalshochburg, neben Skiakha. Geschichte Die Siedlung befindet sich im Bereich des griechischen Akis, das auch in römischer und byzantinischer Zeit besiedelt blieb, unter den Arabern hieß die Ansiedlung Ajak. Im 14. Jahrhundert entwickelte sich ein Stadtkern um die Festung von Acii Castellu, die in Bezug auf die ansässige Familie auch Acii d'Aquila oder Aquilia Wettere genannt wurde. Die jüngere Ansiedlung auf dem Plateau Aquilia Nova erhielt 1642 von König Ferdinand IV. von Spanien den Namen Acii Reale. Im Erdbeben von 1693 im Wald die Notur wurde auch Acii Reale stark in Mitleidenschaft gezogen, etliche Gebäude mussten im Barockstil neu aufgebaut werden. Mit dem Flugzeug der nächstgelegende Flughafen ist derjenige von Catania. Mit der Bahn Acii Reale liegt an der Bahnstrecke Messina, Acii Reale, Catania der Trennitalia, die Bahnstation, liegt in einiger Distanz im Süden der Stadt. Mit dem Bus regionale Busverbindungen um Acii Reale, von und nach Catania im Süden, Safarana et Nea am Etna und Chiare und Tripustor im Norden werden vom Busbetrieb Zapala und Torisi sichergestellt, die Verbindung nach Catania auch durch die Ast, eine Verbindung nach Messina und zahlreiche weitere Destinationen durch Interbus. Auf der Straße auf der mautpflichtigen Autobahn ist Acii Reale problemlos von Messina im Norden und Catania, Sirakusa im Süden über die erreicht werden. Eine Alternative vor allem zur Verbindung mit dem umliegenden Städten ist die orientale Sikula welche im Osten zwischen der Stadt und der Straße von Messina verläuft. Mit dem Schiff die Stadt verfügt nicht über einen eigenen Hafen, nächste See- und Fischerhäfen sind diejenigen von Catania und vor allem für vom Festland übersetzende das 80 Kilometer entfernte Messina im Norden. Ein Fischerhafen findet sich an der Via Ascalo Grande. Mobilität zu den Außenbezirken und den anderen Gemeinden von Acii bestehen Busverbindungen durch Zapala und Torisi. Straßen und Plätze zentral in der Stadt ist die mit dem auffallenden schwarz-weißen Boden-Mosaik, von wo aus der Corso Savoia nach Nordwesten abgeht, der Corso Umberto I nach Nordosten mit einem Fußgängerbereich und zahlreichen Palazzi, die Via Ersetimo und Via Vittorio Emanuele 2 nach Süden und die Via Carvur nach Westen. Über die Via Tocco aus dem 17. J. DT kann der Fischerhafen Scalo Grande erreicht werden. Kirchen und Sakrale Bauten Der Duomo stammt aus dem 15. J. DT, die Kathedrale wurden nach dem Erdbeben von 1693 weitergehend erneuert, die Rosette, der linke Campanila und die Galerie, welche die beiden Türme verbindet, stammen aus dem 19. J. DT, als der Prospekt nach Plänen von Sebastiano Etat vollendet wurde. Im Innern finden sich zahlreiche Freskten, und andere von Pietro Paolo Vasta aus Aziriala im 18. J. DT. Ausgeführt, die Statue der Stadtpatronin Esvenera im rechten Seitenschiff stammt aus dem Jahre 1655 und ist Teil der Festlichkeiten zu Ehren der Stadtpatronin im Juli. Gleich neben der Kathedral auf der Städte aus dem 18. J. DT, der Prospekt wurde von Pietro Paolo Vasta entworfen. Das Kircheninnere wurde nach Erdbebenschäden im 19. J. DT. Renoviert. Die mit der klassisistischen Fassade stammt wie das anschließende ehemaligen Benediktiner Konvent aus dem 17. J. DT. Die in prächtig verspielten Barock ausgeführte an der Piazzetta Leonardo Vigo war zur Zeit des Erdbebens im Bau und konnte trotz Beschädigungen fertiggestellt werden. Jeweils am 20. Januar wird das Stadtbild des Bestschutzpatrons San Sebastiano in einer Prozession durch die Stadt getragen. Die einfache nach dem Erdbeben erbauten neogotische Kirche aus dem 18. J. DT. Wurde von Pietro Paolo Vasta aus Azirial mit Fresken ausgemalt. Die hat eine auffallende Kuppel mit bunten Majolika-Fliesen. Die schlichten nach dem Erdbeben von 1693 neu aufgebaute Städte in der gleichnamigen Straße. Die an der Via Vittorio Emanuele II wurden nach dem Erdbeben im 18. J. DT. Mit dem offenen Geläut im Campanile wieder neu aufgebaut. Das Karmeliter Innenkonvent diente als Kaserne und Schule wird derzeit renoviert. An der Via San Josep befindet sich die nach dem Erdbeben im Barockstil neu aufgebaute. An der Via Carvour liegt die, welche nach dem Erdbeben einen Vorgängerbau ersetzte und im 18. J. DT. Im klassisistischen Stil erbaut wurde. Die wurde 1550 erbaut. An sie schließt sich das Konvent der Franziskaner, Minoriten mit einem schönen Kreuzgang an. Die an der gleichnamigen Straße wurden nach dem Erdbeben von 1693 nach Plänen von Stefano Eta im klassisistischen Stil wieder aufgebaut. Der Prospekt, der an einen antiken Tempel erinnert und die Kuppel mit fehlender Laterne gibt ihr ein etwas eigenwilliges Aussehen. Die von außen unscheinbare Kirche in der Via Galatea ist im Innern vollständig mit Fresken von Pietro Paolo Vasta aus der Zeit um 1750 ausgemalt. Die wurde 1638 errichtet und musste nach dem Erdbeben erneuert werden, auch sie ist von Pietro Paolo Vasta mit Fresken ausgemalt worden. Die mit der Koncaven-Fassade ist an der Stelle eines Vorgängerbaus von 1526 im 19. J. DT. Erbaut worden, der Innenausbau wurde erst 1958-61 fertiggestellt. Von der Via Romeo aus kann vorbei an der Chiesa S. Maria del Sofragio über dem aus dem 17. J. DT. Stammenden weg via Tocco der Hafen und die Kirche erreicht werden. Der Provinzstraße SB 2i 2 nach Scalo Gra. Burgen und Palazzi. Der Oder Lodgia Giratoria an der Piazza del Duomo wurde 1640 projektiert, er stammt aus den Jahren nach dem Erdbeben von 1693, während des ganzen 18. J. DT. Es wurde an dem Bau im Barockstil gebaut, weitere Erdbeben führten immer wieder zu Schäden. Im etwas gewinkelten an der Piazza San Domenico mit seiner schlichten Barock-Fassade hat 1806 König Ferdinand IV. In der Nähe an der Via Marchese di San Giuliano findet sich die im späten 17. J. DT. gegründete Bibliothek. Die zugehörige Pinakothek mit antiken Kunstwerken und vor allem Werke sizilanischer Künstler wurde 1852 eröffnet. Museen an der Via Marchese di San Giuliano liegt die berühmte Parks Am Nordende des Corso Umberto I liegt die, dabei handelt es sich nicht um ein Landhaus sondern um einen Stadtpark mit einer Terrasse, von der aus sich bei guten Sicht Verhältnissen Terramina, die Küste von Kalabrien und die Hügel um Augusta im Süden erkennen lassen. Aktivitäten Der Karnevaler die Aziriale zieht mit den Umzügen Ende Januar-Anfang Februar jeweils tausende von Schaulustigen in seinen Bann, verschiedenen Wagen, Karie Allegorico Grotteschi mit Pap-Machee-Figuren und die Karie in Fiorati aus tausenden von Blumen, sind Höhepunkte der Umzüge. Die Festlichkeiten zu Ehren von San Sebastiano, am 20. Januar, und der Stadtpatronin Santa Venera, am 26. Juli, werden mit Prozessionen und fröhlichen Festen gefeiert. Die Thermen von Aziriale liegen am südlichen Stadtrand, mit dem Rückgang des Badetourismus und sind etliche der historischen Thermalbäder vom Verfall bedroht. Die liegt südlich der Umgehungsstraße, vom Andervia Timpa in Santa Caterina ergibt sich ein schöner Ausblick aufs Meer. Die liegt südlich der Umgehungsstraße, vom Andervia Timpa in Santa Caterina ergibt sich ein schöner Ausblick aufs Meer. Einkaufen Täglich wird am Vormittag auf der Einfisch- und Gemüseobstmarkt abgehalten, wo sich nicht nur die Einwohner von Aziriale mit den Zutaten für das Mittagessen versorgen. Praktische Hinweise Das Postamt liegt an der VASS Crucifisso Ausflüge Ein 6 Kilometer langer Steilküstenabschnitt welcher vulkanischen Ursprungs ist, liegt zwischen Aziriale und dem Meer. Das Gebiet wurde zum Naturschutzpark erklärt. Vom Zentrum von Aziriale aus ist der Fischerhafen von Santa Maria Las Cala aus über einen Weg aus dem 18. J. DT Erreichbar, die, via Tokio Santa Tecla, die Contra da Tecla verfügt über einen kleinen Jachthafen, einen kleinen Strand mit einer malerischen Aussicht auf eine Ruine. Besuch von ACI Castello mit dem an der Küste gelegenen Besuch von ACI Trezza mit den, die Isole de Zitzlopi oder Faraglioni de Zitzlopi sind in einem Halbkreis angeordnete Felseninseln, das Gebiet steht als Area Marina Pro Teta Isole Zitzlopi unter Naturschutz. Besuch der im Bereich zwischen Aziriale und San Gregorio di Catania mit mehreren Vulkanhöhlen.